Mit einem klanzvollen Event im Stadtsaal feierte die Stadt Raskirchen die Eröffnung der Kulturtage. Big Band Sound inklusive. Was mich besonders freut ist, dass diese Big Band vor einigen Jahren im Rahmen der Musikschule gegründet wurde. Eigentlich zum Weiterbilden von den Musikschülern auch, damit sie Orchestererfahrung und in dem Fall auch in diesem Genre der Big Band Erfahrung sammeln. Und die hat sich entwickelt zu einem ganz großartigen Ensemble. Ist auch heute schon besetzt mit Musikerinnen und Musikern aus der Umgebung von Raskirchen hin bis ins Tristingtal und so. Also ich bin als Kulturstaatrat sehr erfreut, dass sich da alt und jung zusammengefunden haben, eben um diesen Big Band Sound in einem eigenen Charakter allerdings auch weiterleben zu lassen. Hätten Sie erwartet, dass Sie einmal einen Kulturpreis gewinnen? Nein, nein. Ich war wirklich überrascht. Das muss ich schon sagen. Ich meine schon geehrt natürlich, aber meine erste Frage war, auf was hinauf? Frau Gebhardt ist ja eine Urtreiskirchnerin, so wie ich es erwähnt habe, hat seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit ihrer Kunst, mit ihrer Malerei, mit ihren Zeichnungen nicht nur Kunst geschaffen, sondern auch dadurch, dass sie sehr viele historische Motive, Gebäude, aber auch Landschaften immer sich vorgenommen hat, hat sie auch einen großen Anteil an der Geschichte und an der Erhaltung dieser alten, zum Teil nicht mehr existenten, Gebäude für die Nachwelt auch geschaffen. Ich glaube, der eigentliche Höhepunkt des kulturellen Interesskirchen ist die Vielfalt der Kulturtage. Also das, was Corinna Milbauer heute auch in der Rede gesagt hat, sich alles ansehen zu können, auch zu durchdringen, was nicht einmal seine eigenen, unmittelbaren Interessen an Kultur sind. Also ich glaube, das macht spannend, wirklich eine breite Palette haben an allen möglichen Kulturangeboten. Dreiskirchen ist so ein Ort, wo man sich denkt, die Welt sollte mehr als Dreiskirchen sein. Ich finde, die Leute hier sind pragmatisch, die haben ein großes, offenes Herz, die reden miteinander. Und deswegen habe ich sofort zugesagt und habe mich total gefreut über die Einladung. Wie sehen Sie die Politik, die in Dreiskirchen gemacht wird? Ich finde es toll, wie die Stadt die Flüchtlinge aufgenommen hat, und zwar nicht nur 2015, sondern überhaupt die letzten Jahre. Ich komme da schon seit 2003 her und finde, dass da ein ganz, ganz toller Umgang ist. Obwohl es wirklich eine große Herausforderung ist, ist es der eine Ort, wo die Leute echt pragmatisch damit umgehen. Und ich finde, es gibt ein paar ganz tolle Projekte, wie zum Beispiel der Garten der Begegnung, den ich mir angesehen habe. Und ich muss sagen, so quer durch die Bevölkerung, jetzt auch so quer durch die politischen Lager, ist das so ein gewisser Pragmatismus mit, die Leute packen das an. Und das gefällt mir sehr. Deswegen komme ich auch sehr gerne her. Applaus 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 Applaus